Wenn ihr euch fragt, wer der gutaussehende Typ da neben mir ist, das ist Adi Dassler. Die FAU feiert 275-jähriges Jubiläum und hat deswegen 275 Studierende und uns nach Herzogenaurach eingeladen, um gemeinsam zu feiern. Es gibt heute volles Programm. Wir werden unter anderem Workshops, sportliche Aktivitäten, aber auch die Präsentation des neuen Sneakers sehen, der gemeinsam in Kollaboration mit der FAU herauskommt. Und jetzt haben wir ein paar Eindrücke für euch. Enjoy the day with Adidas, enjoy the day with FAU and keep in mind, we keep knowledge in motion because we are innovative, diverse and passionate. Wir sind zurzeit die innovativste Universität in Deutschland und das hat auch Gründe. Und der Grund ist auch darin zu suchen, dass wir mit DAX-Unternehmen, global agierenden Unternehmen über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich und vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Und in diesem Spiel ist Adidas natürlich ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns. Es gibt Projekte, die schon zehn Jahre zurücklegen. Die hätten wir vor zehn Jahren nicht ohne die FAU auf die Strecke gebracht. Und wir haben auch vor kurzem erst wieder ein tolles Projekt mit der FAU gemeinsam ein Stück weit gestaltet, das Thema Speed Factory. Und das ist toll, dass wir hier einfach einen riesen Zugang haben zu Forschern, zu Wissenschaft, zu Innovation, zu neuesten Ideen. Das ist sicherlich der Anfangspunkt. Und das Zweite, was wir natürlich erwähnen müssen, wir haben hier 40.000 Studenten, die natürlich alle potenzielle Arbeitskräfte für uns sind. Und insofern ist es natürlich toll, da auch auf einen Talentpool zugreifen zu können. Ich war beim Sustainability Workshop. Als erstes haben wir ein Brainstorming gemacht. Das heißt, was verstehen wir überhaupt unter Sustainability? Welche Aspekte gehören da alles dazu? Haben das dann kurz vorgestellt auch und im Anschluss ging es dann wirklich darum, wie kann Adidas nachhaltiger werden? Welche konkurrierte Maßnahmen können wir da vorschlagen und dann eben auch wieder eine Gruppenvorstellung? Wir sind gerade jetzt von den Yoga Workshop gekommen. Es war wirklich toll, es war wirklich schwer, aber ich würde sagen, es war wirklich refreshing. Es war eine sehr gute Erfahrung für uns und es ist toll hier. Ich komme gerade aus dem Makers Lab Workshop und hier ist das Ergebnis davon. Ein kleiner Stan Smith Schuh, passend zum heutigen Tag. FAU goes Adidas in den Unifarben Blau und Weiß. Der offizielle Schuh wurde ja heute Morgen schon vorgestellt. Das ist jetzt quasi der kleine Original dazu und passend für den deutschen Sommer hier auch mit Gore-Tex. Also da kommt kein Regentropfen durch. Ein kleiner Untertitelung des ZDF, 2020